guten morgen leute ich bin wieder da dass ich möchte frühstücken also was haben wir im kurschrank haben wir hier Milch und Marmelade und dann ja alles lassen am Tisch was noch haben jetzt habe ich Puder Semmel Schokolade ach so jetzt muss man eines Tee ich glaube es ist fertig Wasser ich glaube schon schauen wir ja fertig ich glaube schon Wasser hinein also bis da ist genug glaube ich schon und dann hier musst du eine Tee nehmen eines also ja musst du aufmachen und ja genau genau das heißt einen guten Tee aber hier machen wir oft Milch trinken im Frühjahr Milch trinken und ein bisschen mit Schokolade Joghurt das ist mein Lieber aber meine Freund will Käse essen und Joghurt ja danke Joghurt das ist mein Lieber